Bei der kaufmännischen Organisation und Abwicklung in SHK-Betrieben wird häufig mit dem Steuerberater zusammengearbeitet. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die Übergabe von Eingangs- und Ausgangsrechnung über intelligente Schnittstellen mit Web-Services. Neu für PDS-Handwerker-Software ist der DATEV Buchungsdatenservice. Andrea, was sind die wesentlichen Vorteile vom DATEV Buchungsdatenservice? Die Handwerksbetriebe, die selber nicht ihre Buchhaltung im eigenen Haus durchführen, können mit einem Rutsch die Belegbilder, Debitoren, Kreditoren, Stammdaten und die Buchungssätze an den Steuerberater übergeben. Sind sie doch ein selbstbuchender Mandant, kann dies auch im eigenen Hause mit wenigen Klicks erfolgen. Vielen Dank für den Überblick. Ausführliche Informationen zu dem Thema DATEV Buchungsdatenservice und dem Zusammenspiel mit der PDS-Handwerker-Software finden Sie in Kürze in einem Video, was wir hier auch auf SHK TV veröffentlichen werden. DATEV Buchungsdatenservice DATEV Buchungsdatenservice DATEV Buchungsdatenservice